Um die Tagesordnungspunkte ohne Debatte. Müssen wir uns auch mal eine neue Glocke besorgen. Gut, ich bitte um Aufmerksamkeit und wurde zunächst Top 7 aufrufen. Wie gesagt, ohne Debatte. Das ist die Erhöhung des Kassenkreditrahmens für das Wirtschaftsjahr 2024 Eigenbetriebsstätisches Klinikum. Und bitte hier um das Stimmzeichen. Mit 60 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen so mehrheitlich bestätigt. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Top 11. Das ist die Änderung des Wirtschaftsplanens 2024 Eigenbetrieb HSKD. Und bitte hier um das Stimmzeichen. Mit 66 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen ebenfalls mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank. Wir gehen weiter zu 17.1. Das ist der Kulturentwicklungsplan 2020 Umsetzen. Antrag Fraktion Die Linke. Bitte hier um das Stimmzeichen. Mit 30 Ja, 0, 35, 9, 2 Enthaltungen keine Mehrheit bekommen. Wir gehen weiter jetzt zu dem Block der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und gehen in Top 18. Eigenbetrieb Sport. Bitte um das Stimmzeichen. 65 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen so mehrheitlich beschlossen. Wir gehen weiter in Top 19. Jahresabschluss Eigenbetrieb Kita. Und bitte um das Stimmzeichen. 65 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen ebenfalls mehrheitlich so beschlossen. Wir gehen weiter Top 20. Eigenbetrieb IT. Bitte um das Stimmzeichen. 66 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen auch so mehrheitlich beschlossen. Wir gehen weiter in den Top 21. Jahresabschluss HSKD. Ich bitte um das Stimmzeichen. 67 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen so mehrheitlich beschlossen. Wir gehen weiter in den Top 22. Jahresabschluss Eigenbetrieb städtisches Klinikum. Ich bitte um das Stimmzeichen. 66 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen ebenfalls so mehrheitlich beschlossen. Wir gehen weiter in den Top 23. Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtentwässerung. und Bestattungswesen und Bestattungswesen. Ich bitte um das Stimmzeichen. 67 Ja, 0, 9, 1 Enthaltungen ebenfalls so mehrheitlich beschlossen. Und wir kommen zu Top 25. Das ist die Absichtserklärung mit der Gemeinde Ottendorfer Griller. Ich bitte hier um das Stimmzeichen. 66 Ja, 0, 9, 3 Enthaltungen damit mehrheitlich auch bestätigt. Und wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt ohne Debatte. Das ist Top 27. überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Leistungen, Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Bitte um das Stimmzeichen. Ja, sehe ich gerade. 69 Ja, 0, 9, 0 Enthaltungen so einstimmig beschlossen. Und wir nehmen noch den 28er. Das war Neubau eines Gerätehauses. Können wir auch ohne Debatte abstimmen. Bitte um das Stimmzeichen. Bei 66 Ja, 0, 9, 2 Enthaltungen ebenfalls mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank. Wir gehen weiter in der Tagesordnung und kommen zu Top 8. Satzung zur Änderung Straßenreinigungsgebühren-Satzung. Ach so. Es ist in die Ausschüsse gegangen. Und dann machen wir weiter. Top 9, Satzung, Festlegung. Schöneinigungsgebühren-Satzung. Vielen Dank.